Das Soundsystem wurde aktiviert. Anweisung zum Szenario. Rüsten Sie als erstes das Fahrzeug auf und lassen Sie anschließend die Fahrgäste einsteigen. Die maximale Geschwindigkeit von 90 Kilometern pro Stunde bitte nicht überschreiten. Abfahrt ist um 20 Uhr 53. Wir wünschen Ihnen jetzt eine gute Fahrt. Haben wir es jetzt? Danke. Cool. Auf jeden Fall damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer doch etwas her erschienenen Train Simulator Folge. So genau. Bevor ich irgendwas weiter erzähle, müssen wir uns ein bisschen hinmachen jetzt hier wegen aufrüsten. Das erste was wir machen, Batterieschalter ein. Dann nehmen wir uns hier den Schlüssel. So und dann drehen wir den um. Ich füge mal Hauptschalter ein. So und Fahrgasttüren kann man öffnen mit, oh Gott wie war das? Mit P? P war links, ne? Ja. Gut. Dann war Ü schließen. Oh fuck, jetzt habe ich mich verdrückt. Dann war Ü schließen. Und das Plus neben der Endtaste müsste dann rechte Seite gewesen sein. Genau. Gut. Auf jeden Fall damit ein recht herzliches Willkommen nochmal gesagt zurück zu einer... Was für einsteigen bitte. Zu einer TS Classic Folge. Zu einer neuen. Heute sind wir in Berlin unterwegs, wenn man das unschwer erkennen konnte. Und äh... Von wegen 90. Wir bleiben bei unseren 80, oder Leute? Ja. Ist okay so. Von äh... Teltow Stadt nach Henningsdorf auf der kompletten S25 von dem Ansagen von Fastest zum Sounddesign. Genau. Finde ich nämlich ganz cool. Kostet halt natürlich Geld. Aber... Leute, es ist einfach mega geil. Wir nehmen auch heute keine 4K auf. Einfach weil das fast ein bestimmtes Video sein wird. Und das ein bestimmtes Video hochzuladen dauert ewig. Mit deutschem Internet. So. Dann gehen wir jetzt erstmal in Linie 25 ein. Umlauf scheißegal. Wir machen alle zwei. Ziel! Gute Frage. Habe ich das doch im Kopf irgendwie? Ne, das war Lichterfelder erst. 84. Ziel Teltow Stadt. Ne, da sind wir. Also dann müssen wir... Nach Henningsdorf. Genau. Und dann... Die 84. Von Teltow Stadt. Fertig. Und dann müsste man FGI Start drücken für mein ganz normales Leben mit diesem DLC hier halt. Äh... Pferd. DLC. Naja. Mehr oder weniger. So. Können wir draußen nochmal gucken. Schön. Ah ja. Fahrgastraumlicht. Ne? Hier. Vielleicht auch nicht schlecht. Fast ein... Wir haben es 21 Uhr gleich. So. Geil. Mega geil. Das gleiche gibt es natürlich auch für hier. Ey, das ist so cool. Ja, der Zug ist von, äh... Train Team Berlin, äh... Von TDB. Dachte ich. Glaube ich, ja. Die Baureihe 481. Links zu den ganzen Sachen natürlich... Tue ich in die Videobeschreibung mit rein, falls ihr daran Interesse habt. So. Jetzt kommt die andere S25. Nach Teltow Stadt. Wir können auch hier die Türen öffnen. Das kann man mit, äh... 0 SZ. Oder scharfes S. Je nachdem, wie man es nennen will. Und halt... Keine Ahnung. Das rechte Neben halt noch. Genau. Mit L kann man dann auch... Nix machen. Das ist cool. Schade. Nice. So. Ich bin ready, Leute. Wir können los. Wann hat der... 53, ne? Ja. Ja. So, es kann losgehen. Türen schließen mit Ü. Nice one. So, wir können nur mit 60 rausfahren. Also machen wir das auf 60. Und los geht's. So, wir hätten uns noch Teltow Stadt angucken können, ne? Ach, verdammt. Das ist ein Fünfteiler-Zug. Okay. Nee, oder? Eins, zwei, drei, vier, sechs. Sorry. Ich hab' erzählt. So, das ist die Farbe. Auch der Mond hier rechts. So, äh... 100. Oder halt 80. Es ist natürlich alles auch in der Redmi nochmal geschrieben, erklärt, wie das Ganze halt funktioniert. Ja. Ja. Ja, genau wegen der Siever bin ich hier nochmal vorne reingegangen. Geil. Ich bin gespannt, wie die Ansagen kommen hier. So. So. Kann schon mal runtergehen von der Beschleunigung hier. Also muss ich niesen. Nee. Ich hab' halt keine Ahnung von den Bremsen, ne? Die sind sehr komisch hier. Ausstieg links. Ausstieg links. Die Ansagen sind so nice. So. Wir können ja schon an dem Schild hier halten, weil wir sind ja nur ein Sechsteiler. Sonst hier vorne halt. Nice. Kann man auch recht gut lesen, ne? Aber richtig gut. Gefällt mir. Ja, das ist wirklich das Geld wert. Wirklich. Dieser Zug. Das ist wirklich, äh, grandios. Oh, die CE. Oder? Wo war'n die CE, hä? Ja, 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 da ist er. Ist ja wirklich einiges los hier, ne? So. Nächste Station. Ich wollte es gerade sagen, aber nein. Vielleicht ein bisschen mehr Bremsen hier. Ausstieg links. Ja, gut. Halten halt eben ganz vorne. Ist da auch nicht so schlecht. Auch geiler Background hier, ey. Ist 25 nach Hennigsdorf. Echt geiler Background, ey. Ach, der macht das jetzt erst. Oh mein Gott. Ich hab wohl zu früh die Türen geöffnet. Also muss ich nochmal T drücken. Mein Gott, ist das dämlich. S 25. Zurückbleiben, bitte. Nein, nee, kann ich nicht. Nach Hennigsdorf. Einsteigen, bitte. Machen wir's eben so. Oh, nice. Wo ist denn eigentlich, äh, das Makro? Oh, kann schon was los hier. Hm. Hier. Das klingt geil. Nach Hennigsdorf. Zurückbleiben, bitte. Und weiter. Türen zu und weiter. Man kann halt schon losfahren, wenn die Tür noch offen ist, ne? Was ich da klacken hörte im Hintergrund, wenn man losfährt, das ist der Seitenspiegel. Dass sich dann einklappt. Gegenzug. Da da vorne sind wir nur 70. Also runter auf 70. Ja, wir haben noch ein ganzes Stück vor uns hier. Ja, ich hab hier noch ein paar Kekse gestehen. Und einen Kakao. Weil... Es ist 10 Uhr morgens, Leute. Ich hab mal wieder frei, ey. Und ich hatte richtig Bock, mal wieder was zu zocken. Deswegen mit euch, ne? Deswegen sind wir jetzt in Berlin. Oh Gott. Ausstieg links. Na, das schaffen wir. Ich hab grad ganz spät gebremst, aber nee. Passt schon. Ich hab grad ganz spät gebremst, aber ich hab mal wieder frei. Ich hab mal wieder frei. Ich hab mal wieder frei. S25 nach Hennigsdorf. Ihr könnt übrigens, ähm... Eigentlich brauch ich euch das nicht erklären. Ich mach trotzdem mal diese Geschwindigkeit hier einstellen mit dem Richtungswender. Steht ja hier Richtungs- und Geschwindigkeitsbegrenzer. Oder Geschwindigkeitswähler. S25, zurückbleiben bitte. Tür zu. Genau. Klack. Sobald man das Klacken hört, kann man losfahren. Sonst fährt er nicht los. Die Siefer, die Siefer müsste aufpassen, ne? Die kommt dann immer, nachdem man losgefahren ist. Gleich als erstes. Ja, das... Dit... Dit ist Berlin, ne? Oh! Wie nennt er mal die Zug? Nochmal Cola-Dose oder Toaster? Selbst ein IC überholt uns hier, ey. Boah, mit zwei Loks hinten dran, ey. Nächste Station, Landkreis. Ausstieg links. Ausstieg links. Ausstieg links. Ausstieg links. Geil. Einfach nur geil. So, dann stellen wir uns mal hier hin. Zurückbleiben, bitte. Jetzt habe ich zu früh was gegeben. Jetzt fährt er nicht los. Aber jetzt. Gas gegeben vor allem. Habt ihr gesehen, der Spiegel? Der geht aber gut ab hier. So, noch ein E-Zählen. Hat kurz geruckelt. Beim Vorgehen, wenn der Zug kommt. Und ja, der Zug könnte Vmax 100. Aber das ist ja bei Berlin, bei den Zügen hier ja eigentlich nicht üblich. Kann auch sein, dass es heutzutage anders ist. Jetzt 100 fahren dürfen die Baureihe. 481. Die neue 484 kann das ja. Die kann ja 100. Aber die hier halt, weiß ich jetzt nicht, ne? Wenn wir Berliner hier haben, sagt es mir doch immer gerne. Das finde ich sehr interessant. Ausstieg links. Oh, das könnte knapp werden. Oh, bremsen, 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 bremsen. Bremsen. Guck mal, ist das nicht der Zug, den wir vorhin gesehen haben? What? Okay, eine Tür passt nicht ganz auf. S25 nach Hennigsdorf. Diese Gleise, ne? Dieses Gleis-Singen, ne? Oder wie man das nennt. Die Singen der Gleise. Guckt euch das mal an, was wir noch vor uns haben. Ach du Kacke. S25, zurückbleiben bitte. S25. Klack. Und jetzt. Ich brauche noch ein Screenshot, Mensch. Ich überlege aber nur, wo ich den mache. Vielleicht Ostkreuz? Oder Südkreuz? Ostkreuz vor allem. Da kommen wir aber nicht hin. Gegenzug. Oder kommen wir nach Ostkreuz? Ich weiß es gerade nicht. Mit der S25. Ne, Südkreuz, aber... Nö. Okay. Bin aber auch dumm, ey. Oh, gelbe Signal. S-Bahn-Linie 2. Richtung Weidmanns-Lust. Oder war das die S1? Ausstieg links. Oh, da war ein Flugzeug. Das ist weg. Na, der ist wieder. Das ist weg. Ja, sie fahr ruhig. Gut. Oh, perfekt. Oh, wie eine 1 an dem Schild gehalten, ne? Wie Gleis 4. S25 nach Hennigsdorf. Hier stehen noch nicht mal Gleisbeschilderungen dran. Egal. Können Sie mal hier hinsetzen, ja? S25, zurückbleiben bitte. Das ist aber auch cool hier. Kann man schön durchgucken. So, jetzt geht's bergab. Ein Stück. Das ist doch der Toast. Ne, Taucherbrille war das, glaube ich. So hieß es. So hat man den Zug genannt. Diese Baureihe. Ne, warte, Quatsch. Das ist die Taucherbrille. Ja, ich bin, ich bin noch dumm. Was war das andere da? War das der Toaster? Genau. Boah, hier geht's ab. Schon besser hier. Ausstieg links. Boah, schön. Gefällt mir. S2 nach Buch stimmt zwar nicht ganz, aber egal. So, wie mache ich ein Bild? Ja, mit F12, ich weiß. So was, ja. Also, wenn das nicht gut ist, dann ist es nicht gut. Ich hätte eigentlich auch noch gerne dieses Schild mit aufgenommen irgendwo, aber ich hätte es nicht gefunden, was irgendwie so auf Wink gezeigt hätte. Oder hier vielleicht von der Seite aus. Hier, wenn wir hier rüber gehen und Pause drücken. Dann kann man doch safe. Safe kann man dann sowas hier machen. Das ist aber halt das hier im Weg. Oder dort hinten. Ja, nee. Ist alles doof. Ist alles kacke irgendwie. Ja, komm, dann fahr mal weiter. Die Tour geht lang genug. So, nur mit 60 bitte. Na komm, ein bisschen durchziehen kann man noch. Moin. Na ja, halbste Bild. Wegen dieser Kurve. Ja. Nächste Station. Yorkstraße. Übergang zur Bahnlinie 7. Zur U7. Das weiß sogar ich. Hier fährt die U7. Yorkstraße. Und falls wieder fragen. Äh, bist du Berliner? Nein. Habe ich vorhin auch schon gesagt, dass ich keiner bin. Sonst würde ich eigentlich fragen. Falls einer von euch aus Berlin kommt, sagt es mir bitte. Dass ich damit auskennt. Auch diese alten Anzeigen hier. Nur mit 40. Ja, ach guck an. Ich wollte gerade sagen. Wie das hier alles durchswitcht, die Signale. Schaltet sich eins nach dem anderen hier frei. 23 nach Hennigsdorf. Das ist cool. S-Bahn-Geschichte erleben im Bahnhof Erkner. Jawohl. So, wir haben es schon bald. Wir müssen nur noch von da nach da. Zumachen bitte. Danke. Müssen wir länger gedrückt halten. Okay. Okay. So, hier muss man aus irgendwelchen Gründen das Makrofon benutzen. Vor dem Tunnel. Machen wir das einfach mal. Einfach, weil wir es können. Man kann auch so Etappenweise besteuern denken hier. Man muss nur einmal drücken. Steht sogar hier das P. Warum? So haben wir gemacht. Kann sich keiner beschweren. So, jetzt fahren wir auch eine Weile unterirdisch. Also für die Leute, die Epilepsie haben. Ihr müsst es nicht schauen. Ihr könnt es. Ihr müsst es aber nicht. Just saving. Das ist wirklich geil. Also mit dem Tunnel ist auch sehr gut gemacht hier. Oh, plus 40. Ah, habe ich vergessen. Aber gerade noch so E. Ausstieg links. Kommt dieses Ausstieg links oder rechts. Immer wirklich nur kurz vor Einfahrt. In dem Bahnhof. Bei dieser Baureihe. Eingefahrener Zug auf Gleis. Oha. 25 nach Hennigsdorf. Bei Potsdamer Platz. Friedrichstraße. Gesundbronnen. Oha. S25 nach Hennigsdorf. Klingt gleich viel anders. Die Stationsansagen hier. Macht ja Sinn. Das ist wirklich cool. Ja, das ist der Anhalter Bahnhof. Per Anhalter Bahnhof. S25. Zurückbleiben bitte. Du, du, du. Weiter. Mit 40. 40. 40. Ja, bremst doch. Boah ey. Diese Bremsen, die sind, ja, 11 Stufen und eine Vollbremsung und eine Notbremsung. Viele Sachen gibt's. Das war's. Ich meine, 11 Stufen, hey cool, aber ey, bremst ja mal gar nicht. Haben wir gerade gesehen. Schöne Einfahrt. Noch ein Steg links. Oh, das Bremsenkepietschen. Habe ich vorhin auch noch gar nicht gehört, aber das ist mir nicht aufgefallen. So. Das ist wirklich cool, ja. Kann man auch von, hm. Oh, nee. Wäre aber auch ein gutes Bild, ne? Und weiter. Geil. Ich muss aber echt mal ganz ehrlich zugeben, ich habe keine Ahnung, was die letzte Train-Simulator-Folge war. Übergang zur Bahnlinie 6. Und unter den Linden, ja, ja, kennt man eigentlich auch. Ne, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was die letzte Train-Simulator-Folge war. Das muss ja Ewigkeiten ja sein. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Mit ein paar coolen Sachen, wenn ich es mal so sagen darf. Ausstieg links. Ah, falscher Knopf. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die... Dass die Stationen hier sehr originalgetreu nachgemacht worden sind. Nach Hennigsdorf, ein Steiger, bitte. Das kommt aber auch nur, wenn ich in der Außenansicht bin, ne? Der Spiegel auch, ne? S25, zurückbleiben bitte. Ich glaube, jetzt kommt ein Zug von irgendwo. Ja, von... Wir begegnen uns jetzt auf Strecke. Oder er verschwindet in dem Portal. S3. Mein Gott, war das lauter. Du darfst ja ansagen, er hat kaum verstanden. Eingefahrener Zug auf Gleisen 2, S25 nach Hennigsdorf, über Gesundbrunnen. S25 nach Hennigsdorf. Oder am Gesundbrunnen. S25 nach Hennigsdorf, über Gesundbrunnen, kommt es aktuell auf den Linien S1, S2 und S25, zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen. Für die Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung. S25, zurückbleiben bitte. Macht es noch zurückbleiben, bitte. Geil. Das ist wirklich so cool. Ich habe wieder einen anderen Zug gehört. Noch einer? Ja, moin. Die fahren sich ja auch alle dicht auf hier. Ja gut, die fahren aber auch einige Züge, ne? Ja, das ist eine Geistbahnlinien. Nächste Station, Oranienburger Straße. Ja, wenn der mal bremsen würde, würde ich auch nicht zu schnell fahren, mein Gott. Ausstieg links. Eingefahrener Zug auf Gleis 2, S25 nach Hennigsdorf. Das war auch cool gemacht, ne? Nur halt, dass es hier jetzt S25 bla 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 steht. Was ich noch geil finden würde, ne? Statt dass das hier da steht, aber sonst. S25, zurückbleiben bitte. Ja, man muss es gedrückt halten, sonst geht das nicht. S25! S25! Den Nordbahnhof in Berlin, muss ich sagen, kenne ich nicht. Also habe ich ihn nicht von früh gehört. Oder gesehen. Oder lust. Das sieht so ein bisschen langsam aus. Warum sieht das so langsam aus? Aber wenn ich da hingucken, sieht es schnell aus. Na ja, da steht ein S3 drin, hat man ganz genau gesehen. Nach Oranienburger Straße. Ausstieg links. Ja, aber jetzt habe ich mir gedacht, dass das hier ein großer Bahnhof ist. Vor allem, warum ist denn das hier gleich 2 und das hier drüben gleich 1? Was ist denn dann der Rest da drüben? Das ist überhaupt nicht geordnet hier. Oder? Eben, das ist ja gar nicht sortiert hier. Gleich 1, gleich 2, gleich 1. Das ist komisch, das ist sehr komisch. Also, okay. Na, was kommt denn dort? Konnte ich nicht lesen, so schnell. S-Bahn 13. Was? Okay. Nummer 13. 11, 12, okay. Oh, jetzt fahre, bitte. So. So, jetzt kommen wir, glaube ich, wieder überirdisch an. Fennerzug, der mal bitte beschleunigen würde, irgendwie. Danke. Das ist gerade so komisch langsam beschleunigt, ja. Ja, manchmal ist es ein bisschen dumm, ne. Aber, scheißegal. Gerade, weil es dumm ist, macht es Fun. So, jetzt sind wir wieder draußen. Ein totes Gleis hier. So, dass er bergab geht, jetzt können wir eigentlich rollen lassen. Aber echt schön hier, ne. Kann man nicht ja nur sagen. Das ist einfach so. Gut, also Berlin ist es jetzt nicht unbedingt eine der schönsten Städte, aber wenn es nachts ist, ist das schon cool. Vor allem dann, wenn man auf der Ringbahn fährt, ne. Das ist ja auch neu für den TS Classic. Die Ringbahn, 8 Neuntel. Mit der Baureihe 484. Das ist mega geil. Müssen wir auch mal fahren. Boah, aber perfekt wieder geil, ja. Jetzt klingt das wieder anders. Hm, hm. Also irgendwann fuckt das auch ab, wenn das jedes mal kommt. Und du hörst das, ey. S25 nach Heddingsdorf. S25 zurückbleiben, bitte. So, zu und weiter. Wann hat das lang gedauert, ehe der losgefahren ist. Also manchmal ist das ganz komisch, ja. Na komm, auf 70. Nächste Station, Gesundbrunnen. Übergang zu den S-Bahn-Linien 41, 42, zur U-Bahn-Linie 8 und zum Regional- und Fernverkehr. Fahrgäste nach Messenort, ICC, steigen bitte hier um. Passend ist zurück in den S-Bahn-Linien 1-S-S-A. Please catch me. Warte, fuck, da waren 60? Also komplett unangekündigt, oder? Ach, egal. So. Ja, das ist, äh, Gesundbrunnen S41 und 42 sind ja die Ringbahn-Linien. Die fahren ja auch hier lang. Jetzt kommt kein Übermehr, ha? Hm. So. Vielleicht ja Gesundbrunnen. Das ist vielleicht nicht das Geilste, aber... Oder vielleicht so hier. Ja, das ist noch besser. S25, zurückbleiben bitte. Ach, Kressenort, zurückbleiben bitte. Naja, ist ja gut. Und los. Jetzt fährt er wieder nicht. Aber jetzt. Also irgendwie dieser, dieser Blum ist ganz komisch eingestellt in dem Game. Wer weiß wieso. Das ist auch cool hier unten. Mit den Zügen. Boah, den Zug würde ich auch gerne mal fahren hier. Würde ich auch mal reizen. Wenn es das mal geben würde. Okay. Und ich glaube, Bornholmer Straße macht, die hält die Ringbahn, glaube ich, auch noch mal. Ich bin mir da jetzt aber nicht so ganz sicher. Aber ich glaube schon. Aber ich glaube schon. Berlin hat aber auch die komischsten S-Bahn-Linien-Nummern, ne? So komplett durcheinander irgendwie. Aber schön reingebremst hier. Und wieder perfekt an dem Schild. Ey, Leute. Der King einfach hier. Was höre ich da? Eine S-Bahn. Und? Die 101? Ja. Noch eine S-Bahn. Was ist denn hier los, ey? Ja, los komm, Mädel. Beeilung. S-25. Zurückbleiben, bitte. Der Zug klingt aber auch geil, ne? Es kommt ihm schon sehr nahe dem Zug. So, da können wir wieder auf 80 hier stellen. Dadurch, dass es jetzt leicht bergauf ging, hat er eine Weile gebraucht. Aber sonst? So, was ist da los? Roland-Straße. Roland-Straße. Ja, super. Na ja. Ja, Brems, Junge. Schaffe ich nicht. Ausstieg links. Schaffe ich nicht. Schnellbremsung. Boah, ey, Gott sei Dank hat er sich auch nochmal umgesprungen, ne? Wenn wir jetzt rüber hinausgeschossen wären, ja, das wär's jetzt. Dann wär das Szenario zu Ende. Soundbuck. Guckt euch das mal an. Dann schaltet sich das frei, dann schaltet sich das wieder frei. Richtig so in der Reihenfolge, ja. Richtig in Reihe gesteigt. Gut auch nicht. Gut, also da vorne sind 60. Da vorne sind 60, also runter damit. Dieses Flugzeug, ey. Die ganze Zeit dieses Flugzeug. Nie im Leben ist da so viel los, ey. Doch keine 60 mehr. Ah, guck an. Nächste Station, Schönholz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 1 und 85. Ausstieg links. Na, hab ein bisschen früh gebremst jetzt so. Oder zu stark. Oder vielleicht nicht beides. Also und. Wir müssen ja nicht immer bis ganz vorfahren, ne? Ja, jetzt hören wir das Flugzeug auch mal. Ja, jetzt hören wir das Flugzeug auch mal. Die Ansagen. Irgendwann sind viele Flugzeuge gekommen hier. Was ist da los, ey? What the fuck? Gibt's überhaupt so'n Pfad? Ja, hier gibt's ein Flugzeugpfad und dort. S25, zurückbleiben bitte. So, Kollege. Das war nicht die S25, ne? Das war aber ein anderer. Das ist sowieso viel zu lang von der S25 hier. Okay, 60 wurden angekündigt. Da machen wir mal auf 60 runter. Naja, weil wir jetzt hier rüber auf 10, genau. Und wir wollen ja nicht geradeaus weiter, sondern wir wollen nach links weg. Eine kleine Kurve nach links. Oh, 80, okay. Auf einmal. Komplett verpeilt hier. So, was ist das hier für'n Gleis? Der ist nämlich ohne Strom, ne? Weil, also, ich kann ja keine S-Bahn fahren, eigentlich. Nächste Station, Alt-Reinickendorf. Alt-Reinickendorf. Sagt mir halt auch was, ne? Ebenso wie die Karl-Bonn-Hilfe-Nerven-Klinik, die dann nachkommt. Ich glaube, sogar da fällt es noch eine Oberlange. Ich habe gerade zweimal sogar gesagt. Also, ich bin, ich bin auch weird, ne? Muss man, muss man auch sagen. Oh, schöner Sportplatz. Oder Parkplatz. Je nachdem. Oh, Spiel stürzt nicht ab. Mein Gott, ey. Habe ich gerade kurz Schiss bekommen. Kurz ein bisschen Panik. Die Stationsansage müsste jetzt sagen, oder durfte nicht sagen, eingefahrener Zug auf Gleis so und so. Sondern einfach nur eingefahrener Zug. Die rechts. Ja, ein bisschen vor noch. Mal gucken, was er jetzt sagt hier. Ja. Kurz und knapp eingefahrener Zug. S25 nach Hennigsdorf. Ich höre, das müssen wir jetzt auf der Map angucken. Also, das Gleis kommt von wo? Ja, das kommt auch von hier. Okay. Das geht? Das geht ja bis hier hin. Bis Eichborn-Damm. Okay. Und da kommt hier noch was. Interessant. Aber dass mir auch keiner S25 mehr entgegengekommen ist. Der letzte Zug muss ja ewig her sein, dass der hier... dass wir dem begegnet sind. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir den letzten Zug begegnet sind. Von der S25. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Also, muss einer in Hennigsdorf stehen. Ich dachte, es kommt noch einer entgegen. Aber da hätten wir ja nicht so lange Pause, ne? Das wäre ja dann auch komisch. Ach, hier drüben ist ein Strömgleis. Ah, die U8 war das. Okay. Aber man sieht schon gleich, dass man hier irgendwie ganz im Abfunkschutz hier ist. Auch so alte Bahnhofsgebäude hier. Da gibt es dann keinen Stromgleis mehr. Ausstieg links. Beim nächsten Mal ein bisschen eher. Oh, das ist aber ein kurzer Bahnsteig hier. Boah, perfekt gehalten hier. Nur das ist hier unten. Passt nicht so ganz. Dumpte, dumpte. Wie richtig da rücken muss jetzt. 25 nach Hennigsdorf. Hennigsdorf. Sag Hennigsdorf. Nein, das ist Berlin, dass ich weiß. Da spricht man das halt so aus. Ist wirklich nicht viel Platz, ne? Aber es geht noch. Aber für Train-Simulator-Verhältnisse nicht. S25, zurückbleiben bitte. So, die Stationsabstände sind hier ein Witz. Brauchen wir auch nicht auf 80 beschleunigen. Ist das sinnlos? Ich wundere. Also, das ist es nicht mehr. Der ist Ende. Die Stationsabstände sind hier. Die Stationen sehen hier alle recht gleich aus. Oh Gott, ist der Bahnsteig... Der ist ja noch kürzer. Aber wieder perfekt reingefahren hier. Boah, das ist ja... S25 nach Hennigsdorf. Ja, wirklich knapp diesmal. Aber der ist ja noch kürzer, der Bahnsteig. Mensch, Mensch. S25, zurückbleiben bitte. Und abwärts. Die typischen Flugzeug-Sound-Effekte gerade eben. Wer kennt sie nicht? So, wir fahren jetzt immer weiter ins Off. So gefühlt, ne? Jetzt haben wir aber noch zwei Kilometer bis Tegel. Das heißt, wir können uns erst einmal kurz zurücklehnen und einfach nur dich selber beteiligen. Wie zu schnell, was? Ingefähr 80. Nicht schneller. Taucherbrille. Das ist ein bisschen blöd bei dem Zoom. Du siehst, ich fiel nach links und rechts raus. Das ist, äh... Mag ich nicht so. Wieder zu schnell. Gut, ein gelbes Signal. Du, also bis Tegel können wir noch reinheizen. Das ist ja nicht so das Problem. Nächste Station, Tegel. Übergang zur U-Bahn-Linie 6. Ausstieg links. Bremsen, 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 Bremsen. Oh, Gottes Willen. Wie kurz sind denn bitte die Bahnsteige hier? Ja, der ganze erste Wagen passt nicht rein. Egal. Aber wirklich, der ganze erste Wagen vorne. Naja. Aber wirklich, der dritte, ein Wagen hier rein hat gerade noch so gepasst, hä? Boah, der muss ja wirklich halten wie ein Profi hier. S25, zurückbleiben bitte. Nach rechts, zurückbleiben bitte. Richtig, hau und zu. Man muss immer nur kurz eine Weile warten, bevor man hier losfährt, sonst fährt er einfach nicht los. So, wie langsam jetzt? Vier Kilometer? Aber jetzt können wir uns zurücklehnen, hä? Ich meine, wir können, oder soll wir? Naja, komm, wir können 100 fahren, mir egal. Was soll schon passieren? Ihr sagt 90, aber... wieder egal. Steht ja hier, Vmax 100. Na? Ja. Na, da draußen sitzt halt nicht viel, weil hinterm ist alles. Schade. Aber von hier vorne aus ist das schön. Die Straße hier. Warten mal, es gibt doch hier noch sowas. Ich will warten, bis die Siva kommt, weil ich trau dem ganzen Mist hier nicht. Oder ich trau die ganze Zeit, dann kann ja auch nichts passieren. Na, da war sie gerade, die Siva. Gekonnt. Gekonnt. Schulzendorf bei Tegel. Ausstieg links. Ach, das ganze Stück ist wirklich nur noch eingleisig, ne? Alle, wie viele Minuten fährt denn da bitte der Zug? Alle halbe Stunde? Kann gar nicht sein, oder? Oder perfekt gehalten hier. S25, nach Hennigsdorf. Kann ich ja selbst abfertigen, bitte? Nach Hennigsdorf einsteigen, bitte. Ja, mit L macht ihr das übrigens. Und dann nochmal L, wenn es zu weit ist. S25, zurückbleiben, bitte. Nach Hennigsdorf, zurückbleiben, bitte. Das macht auch Sinn. Budum. Wie viel haben wir denn noch? Viel kann das ja nicht mehr sein. Na, dann sind wir da. Heiligen See und dann sind wir da. Also es zieht sich schon irgendwie, ne? Muss man sagen. Das ist total komisch. Und ich nehme meine Aussage übrigens zurück, dass es immer nur eingleisig ist. Ab und zu gibt es hier Ausweichstellen. Oder zweigleisig, keine Ahnung. Was jetzt hier Phase ist. Nächste Station. Heiligen See. Ja, wie gesagt, die Bremsen sind total für den Arsch, oft mit Deutsch gesagt. Okay, hier gibt es auch eine Möglichkeit, dass man zu Gegeben kommen kann. Falls ich Verspätung haben sollte, denke ich mir das jetzt mal so. Macht aber das wiederum keinen Sinn mehr. Ja, das ist, äh, ja, da kann noch mal einer hier kommen. Genau so sieht das aus. Ja, der Blum ist hier irgendwie, weiß ich nicht, was das sein soll. Ich habe dafür auch, äh, irgendwie die passenden Settings noch nicht gefunden, ne? Vielleicht sehe ich das auch nur ich so, weil der Bildschirm so komisch ist, aber... Ne. In der Aufnahme sieht das genauso aus. So, jetzt kommen wir wieder auf 80 runter, weil so weit ist es nicht mehr. Leute, wir sind gleich da. Wird aber auch langsam mal Zeit. Wir sind schon bei einer guten Stunde drüber hier. War eine sehr gute Stunde. Ich traue dem Spiel nämlich nicht, ne? Ich habe da kein Vertrauen zu dem Game. Hatte ich noch nie. Aber das ist aber auch ein bisschen genauso. So, Geschwindigkeit reduzieren auf, äh, 40 nehme ich mal an. Oder 60? Ne, 40, ne? Sehr schön. Wir sind jetzt in der Basis, in der Basis, in der Basis, in der Basis. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt sind wir in Henningsdorf. Henningsdorf BB, Henningsdorf bei Berlin. Hier ist kein Zug, ach doch, hier ist ein Zug drin, ne? Gut, also müssten wir ja, ne längere Pause hier haben, bevor man zurückfährt. Weil der müsste gleich dann rausfahren, nachdem ich eingetroffen bin. Ausstieg rechts. So, ingame ist es jetzt um 10. Ja, reicht, wenn wir hier halten, oder? Sehr geil. Passt doch. Der hat auch ein bisschen Abstand gehalten. Wo es hier noch so hingeht, frage ich mich. Auf jeden Fall Oberleitungsstrom, ja? Und hier bei Lina auch Unterstrom, nenne ich es jetzt mal. U-Bahn als S-Bahn. Ja, das ist Henningsdorf. Könnte dem gut hinkommen, denke ich, hoffe ich. Ja, damit würde ich auch sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Train Simulator Classic. Oder auch mal wieder Train Simulator 3. Ja, haben wir ja sehen. Haut rein. Habt auch einen schönen Tag. Und tschüss. Oh, frische Euter. Frische Euter, ey. Das ist so geil. Äh, hell mir auch frische Euter. So. So. Tail jetzt aktiv. Hm. Aua. Frische Euter. Frische Euter, Alter. Weil mir fällt alles runter. Frische Euter, ich zerflügt mich selber. Frische Euter. Falls jetzt Fragen aufkommen. Ich hatte Kakao auf meinem Tisch stehen. Ich hatte einfach nur Kakao auf meinem Tisch stehen. Das war's. Das ist die Erklärung dazu. Frische Euter. Von wem hab ich das ja wohl? Von meinem Vater, oder? Frische Euter. Warte, noch mal bitte. Oh, frische Euter. Frische Euter, ey. Das ist so geil. Das ist so geil. Das ist so geil. Wie kann man nur so sich über sich selbst lachen. Das ist traurig. Bis zum nächsten Mal.